Ich denke, die Geschichten, die mit der Klimaerwärmung auf uns zukommen, die sind in diesem Sinn allen bekannt. Ich denke, wir müssen einfach wollen und darüber lernen, dass sich die Natur verändern wird und dass es für uns Herausforderungen gibt, die wir zu meistern haben. Ich denke, wir hier eine Voralperegion, das ist klar, wir merken das zum Beispiel beim Schnee. Wir sind hier in der Gemeinde Schüppheim, Gneller auf dem Areal der Landwirtschaftlichen Schuhe des BZM. Mein grosses Traum wäre eigentlich, dass ich etwas verwirklichen könnte, das Bestand hat. Wir arbeiten hier für die Nachhaltigkeit. Ich denke, wenn man hier etwas arbeiten könnte, oder es muss nicht hier sein, einfach etwas, das wirklich für unsere Zukunft, für das Bestehen von dieser Welt, in Anführungszeichen, wichtig ist, die eine Zukunft hätte, fände ich es sehr wichtig.